Sie haben am 08.09. um 17 Uhr noch nichts vor? Oder Sie haben etwas vor? Kommen Sie doch trotzdem um 17 Uhr ans Brandenburger Tor. Dort demonstriert DIE LINKE gegen den Krieg in Afghanistan. Die Vorfälle am Wochenende, der Präventivschlag auf einen Tanklaster mit zivilen Opfern sind Grund genug, noch einmal deutlich zu machen, Bundeswehr raus aus Afghanistan. Die politisch Verantwortlichen gehören abgewählt. Aber nicht deshalb demonstrieren wir, sondern vor allem, damit der Krieg endlich aufhört. Also, wir sehen uns am 08.09. um 17 Uhr am Brandenburger Tor. Im Übrigen, Gregor Gysi und Oskar Lafontaine sprechen. Noch ein Grund mehr, dahin zu kommen.